Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity Spiel, ja und diesmal mit Puppet Show Mystery of Joyeville, dem ersten Teil der Puppet Show Reihe. Und zusammen mit Phantasmat hat es die Twitter-Umfrage gewonnen, deshalb werden wir beide Reihen spielen. Wir werden uns aber zuerst der Puppet Show Reihe widmen, wenn euch die Phantasmat-Teile zum Großteil bereits kenne. Von Puppet Show habe ich allerdings nur zwei Teile mittendrin irgendwo gespielt und das ist Jahre her und ich weiß nichts mehr von diesen Teilen. Mystery of Joyeville ist der allererste, den kenne ich noch gar nicht. Von daher wird das auch für mich eine Premiere hier werden und ich habe keine Ahnung, wie schwer das Game wird. Und nur als kurzer Hinweis, das was ihr hier jetzt seht, dieses ganze Video, das seht ihr im richtigen Format. Deshalb bin ich auch rechts und habe unter mir einen schwarzen Balken, weil das Game wirklich so alt ist, dass man damals auch kein Breitbild kannte. Ihr habt das Ganze richtig auf YouTube, das hat OBS richtig gecaptured. Ich hingegen habe das Ganze breit gezogen, deshalb sieht für mich alles ein bisschen unscharf aus. Und mein Mauspfeil ist auch ein bisschen, ups, er verhält sich auch ein bisschen merkwürdig. Mal sehen, wie sich das gleich hier auswirken wird auf unser Gameplay. Okay, ich würde allerdings mal sagen, ich halte mal die Klappe und wir starten mal das Spiel und lassen uns entführen nach Joyeville. Okay. 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 Willkommen in Joyeville, verehrter Detective. Sie müssen ihn finden, werter Detective. Ich flehe sie an. Bitte, Sarah. Ich bin mir sicher, dass der Detective eine lange Reise hinter sich hat und sich ausruhen möchte, bevor er mit den Nachforschungen beginnt. Verzeihen Sie bitte, verehrter Detective. Es ist nur so, dass Simon nun schon seit drei Tagen verschwunden ist und jede Sekunde, die verstreicht, könnte seine letzte sein. Geh nach Hause, Sarah. Ich zeige dem Detective inzwischen sein Zimmer. Bitte, folgen Sie mir. Wir sind also A, ein männlicher Detective diesmal. Wir sind keine Frau. Das ist relativ selten. Also meistens ist es ja nur der Detektiv, aber er hat kein Geschlecht. Aber er sagt, er ist immer eher der Detective. Also sind wahrscheinlich männlich. Und ich glaube, man hat am Anfang des Intros gesehen, dass das Game echt alt ist. Sobald die Dunkelheit hereinbricht. Oh, aber Sie müssen erschöpft sein. Und es ist auch schon fast dunkel. Bitte machen Sie es sich bequem und suchen Sie uns dann auf. Wir werden in meinem Haus auf Sie warten. Es ist gleich gegenüber. Möchtest du interaktive Hilfe erhalten? Ich sage jetzt diesmal ja, weil, wie gesagt, das ist schon ewig her, dass ich Joy-Bel, also einen von denen gespielt habe. Glitzernde Bereiche weisen auf Orte hin, die du näher untersuchen kannst und an denen Minispiele verfügbar sind. Klicke auf den glitzernden Bereich. Alter, das Game ist wirklich steinalt. Und ich muss sagen, das erinnert mich an den ersten, also an die ersten Grimm-Fassad-Teile, die wir noch nicht gespielt haben. Die fehlen noch. Aber so von der Aufmachung her, vom Schrift-Typ her, das erinnert mich echt voll an den ersten Grimm-Fassad. Also vielleicht von den gleichen Machern. Finde alle Gegenstände der Liste am unteren Bildschirmrand. Also ich soll schon mal hier draufklicken, da wird mir ja gezeigt. So, fünf Zahnräder. Ein einzelnes kurzes Funkeln weist auf einen interaktiven Bereich im Spiel hin. Du kannst einen Hinweis verwenden, doch der nächste Hinweis wird erst 60 Sekunden später zur Verfügung stehen. Okay, okay, was brauchen wir denn? Note, Birne, Kelch, Vorhänge, Schloss, fünf Zahnräder, vier Eidechsen. Brauche ich auch Schiffe? Zwei Schiffe, ja. Pfeife. Ach du Schöne, das sind Sterne. Brauche ich Sterne? Nee, brauche ich einen Schmetterling? Nee, eine Birne und einen Kelch brauche ich aber. Da ist eine Eidechse schon mal, glaube ich. Da ist eine Taube, da ist noch eine Eidechse. Da sind Eicheln. Was ist mit denen? Nee. Fünf Tauben, irgendwelche Ringe. Da ist eine Spinne. Da ist noch ein Zahnrad. Da ist noch ein Zahnrad. Äh, hoi, da ist eine Birne. Da ist ein Elefant, da ist ein Ring. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Äh, da ist noch ein Ring. Da ist die Pfeife. Da ist das vorhin geschlossen. Wow, meine Maus fliegt über diesen Bildschirm. Das ist ja großartig. Was ist das hier in der Glocke? Taube, Ring, Knoblauch und Fernglas. Ah, das Fernglas liegt hier. Knoblauch. Ich habe eine Koralle im Hintergrund. Einen Kelch, warte mal. Den habe ich doch auch vorhin in den Fingern gehabt. Da. Ich habe Pfirsiche. Brauche ich die? Nee, ich brauche eine Taube. Da oben. Und noch ein Ring. Ich habe Erdbeeren. Das ist schön. Da ist noch eine Eidechse. Da ist ein Fisch. Da ist ein Zahnrad. Knoblauch, Ring und Eidechse. Okay, das lässt sich ja wohl alles noch finden hier irgendwo. Knoblauch, Ring und Eidechse. Ist das die Eidechse? Ja. Da ist eine Lyra, also eine Lyra. Da ist noch ein Ring. Jetzt brauche ich noch den Knoblauch. Dann brauche ich noch den Knoblauch. Er kann doch nicht so schwer zu finden sein. Das ist doch nicht wahr. Da, da in der Tür. Bestimmt, um Vampire abzuwehren. Boah, ist das laut. Okay, gut gemacht. Du hast folgendes gefunden. Einige Zahnräder. Sie könnten sich als nützlich erweisen. In diesem vergrößerten Bereich findest du hilfreiche Informationen, Gegenstände für den Inventar und Rätsel. Schmuckkästchen ist verschlossen. Ich benötige einen Schlüssel. Ach nein. Komme ich hier jetzt wieder raus? Ach, oh, okay. Ich sehe hier nichts. Du kannst dich zwischen den Orten bewegen. Ja, ja, ja. Kann ich im Menü die komische Hilfe auch ausschalten? Das ist definitiv von den, von den Dingsmachern. Und da rannte gerade eine Puppe. Was zum Himmel war denn das? Es schien sich um eine merkwürdige Apparatur zu handeln. Ich randale hier erst mal. Ich liebe dich, Großvater. Großvater Klein. Aber dich groß geschrieben. Simon, dein Enkel. Ist da noch was drin? Nö, nur das. Okay, okay, da ist nur das drin. Das ist definitiv von den Grimm-Fassaden-Machern. Das hat man gerade an dem Pfeil gesehen. Anscheinend malt Simon ganz. Moment, das ist mir gerade immer noch ein bisschen zu laut. Optionen, Soundeffekte mal ein bisschen runter. Okay, äh. Fortfahren. Ich will eigentlich keine Hilfe. Ich hätte Nein sagen sollen. Anscheinend fehlt ihr ein Arm. Weil das hier, also dieses Symbol, das ist typisch für die Grimm-Fassad-Teile. Ganz ehrlich. Das ist von den gleichen. Ich habe im Übrigen heute meinen Supernatural-Polyanus, wollte ich nur mal erwähnt haben. Und ich komme gerade aus der letzten Folge von, äh, aus den letzten 10 Minuten, besser gesagt, äh, von Awakening 4. Es wirkt als seien sie lebendig. Es wirkt als seien sie lebendig. Na, hoffentlich nicht. Es ist offensichtlich, dass sich hier niemand für längere Zeit aufgehalten hat. Das würde ich nicht sagen, weil hier brennt das Kaminfeuer. Drei Armbänder, Puppenhand und zwei Globen. Ja, hier sind es keine Globusse. Ähm, die Globen. Hier habe ich auch Bilder. Zwei Tassen für Sterne, zwei Uhren, Besen, Stiefel, Gebiss, Messer, Flasche, Zitrone. Keine Ahnung. Äh, Armband. Nee, das ist die Zitrone. Hoppla, das ist ein Armband. Äh, Seestern. Da ist eine Puppenhand. Können wir gleich der Dame geben. Noch ein Armband, da ist ein Messer. Äh, noch ein Seestern. Was brauche ich noch? Eine Flasche. Tasse. Zwei Sterne und Uhren. Da ist das Gebiss. Tasse, Teebeutel. Äh, nein, nee, das ist kein Teebeutel, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was es ist. Ich bin mir generell bei einigen Sachen nicht ganz sicher, was ich hier sehe. Die, die, die Auflösung ist sehr spannend hier für mich. Zwei Sterne, zwei Uhren. Es ist alles so ein bisschen unscharf hier. Da ist ein Thermometer. Brauche ich das auch? Nee. Brauche ich nicht. Aber ich brauche noch einen Besen. Was ist das? Ein Croissant? Brauche ich nicht. Ich brauche hier Brote. Da so ein, äh, hier Zigarre. Was ist das da? Weiß keiner. Gehört hier dazu. Da ist der Besen. Äh, noch ein Globus dahinter? Nee. Da ist ein Bügeleisen. Zwei Uhren, zwei Sterne. Da ist das die Ohren. Wow, das ist ja sehr gut versteckt hier. Da muss man wirklich in die Ecken schauen. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Es weiß kein Mensch, was das da darstellt. Aber da ist noch ein Stern. Und noch undefinierbare Dinge. Ich glaube, das ist... Was ist denn das? Eine Zange? Ich bin mir gar nicht sicher. Ein Stern und ein Globus fehlt noch. Das kann doch nicht so schwer sein, das zu finden. Da hinten der Riesenglobus. Und noch ein Stern. Ich schien mal hin. Ach, hier, da, der Seesterne. Ja, für euch sieht das alles schön aus. Das Problem ist, ich kann Vollbild nicht wegmachen. Denn wenn ich Vollbild wegmache, ist das so winzig auf meinem Bildschirm, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Das heißt, ich muss jetzt hiermit erstmal Vorlieb nehmen. Ja, ja, ja. Gegenstände ist okay. Gib mir das. Lass mich den Rest lesen. Achtung, eine weitere vermüßte Person. 19. September. Am 19. September verschwand Simon Murray, der Sohn der Tochter des Hotelbesitzers, aus seinem Heim. Sollten Sie im Besitz hilfreiche Informationen sein, wenden Sie sich bitte umgehend an seine Verwandten. Jahrestag des großen Brandes. Wir dürfen also Zeitung lesen, okay. 21. September, Jivalenachrichten. Heute jährt sich der Tag der entsetzlichen Tragödie, die unsere einst friedliche und blühende Stadt heimsuchte. Nur zu gut erinnern wir alle uns an den schrecklichen Brand, der sieben Jahre zuvor das Theater vernichtete und viele Leben forderte. Unter anderem das des Puppenspielers und seiner Tochter. Der Puppenspieler schenkte uns die unglaublichen Wunder, die Jival in einen einzigartigen Ort verwandelten. Dafür sollte ihm Ehre gebühren. Auf Jivalens Straßen sind noch immer viele der magischen Maschinen zu sehen, an denen wir uns auch heute noch erfreuen könnten. Können. Seit die Entführung begannen, haben jedoch viele Stadtbewohner Angst vor den Maschinen des Puppenspielers. Sie glauben, dass der bösartige Geist des Puppenspielers unsere Stadt heimsucht. Die Polizei erklärt zwar, alles unter Kontrolle zu haben, doch ein weiteres Kind ist drei Tage zuvor verschwunden. Ich bedauere den Verlust des großartigen Puppentheaters, das der Puppenspieler aufbaute. Ich vermisse den fantastischen Musikbrunnen und die atemberaubenden Aufführungen. Das Puppentheater war eine touristische Attraktion, doch nun ist uns nur noch das abgebrannte Gerippe geblieben. Ein schreckliches Mahnmal, das an den Tod eines meines seiner Tochter und unserer Stadt erinnert. Okay, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, worum es hier im Groben und Ganzen erstmal insgesamt geht. Halt, halt. Die da, ja, ja, wer, ach, hier, ging das nochmal, Werkzeuge. Ja, oh, das war ja so. Das ist gar nicht creepy. Rettet uns, öffnet das Schloss. Rettet uns. Notenblatt, das könnte sich als nützlich erweisen. Stimmt, hier gab es ja kein Inventar, hier gab es ja das hier. Schlüssel zum Schmuckkästchen, Notenblatt, einige Zahnräder. Ja, so war das doch. Werkzeuge. Und ich weiß, dass ich in einem Teil mein geliebtes Brecheisen dabei hatte und das wirklich dauerhaft dabei war. Einige Gewichte. Nun kann ich ins Haus gegenüber gehen und mein Gespräch mit dem Hotelbesitzer Egirio fortführen. Aber erstmal das da. Es ist solch ein guter Junge. Warum musste er verschwinden? Ich habe keine Ahnung, da sehen wir noch Spinnenweben. Ich kann es Ihnen nicht verdenken. Putzen wäre das letzte, wonach mir in diesen Zeiten der Sinnstunde. Ja, hier auch. Also man kann sich einige Sachen ansehen, die allerdings auch nicht von Bedeutung sind, nehme ich an. Die haben extra die Tür für mich offen gelassen. Ist das nett. Willkommen. Bitte entschuldigen Sie unseren plötzlichen Aufbruch, verehrter Detective. Sehen Sie, es gibt Gerüchte über Geister in Jowel. Doch ich fürchte, dass diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Bitte verurteilen Sie uns nicht, werter Detective. Jeder Bewohner der Stadt bleibt nach Sonnenuntergang im Haus. Sie alle haben Angst, dass sie entführt werden. Wie Mann, Simon und die anderen. Daran ist nur das verfluchte Puppentheater schuld. Der Puppenspieler hat diesen Fluch über unsere Stadt gebracht. Viele Jahre zuvor ist ein einfacher Puppenspieler nach Jowel gezogen. Er erbaute ein Puppentheater, sodass wir alle uns an seinen Puppenaufführungen erfreuen konnten. Mechanische Puppen agierten auf der Bühne, als handele es sich um lebendige Schauspieler. Es war beeindruckend. Von überall her kamen Besucher, um die Aufführung zu sehen. Bald darauf begann der Puppenspieler, seine Apparaturen überall in der Stadt aufzubauen. Jowel wurde zu einer großen Touristenattraktion, einem Zentrum der Künste. Jedermann war sehr glücklich bis... Der Brand. Während einer der Aufführungen geriet das Theater in Brand. Viele Menschen starben, darunter auch der Puppenspieler. Die Bürger von Jowel waren sehr traurig und errichteten ihm zu Ehren ein Monument auf dem Friedhof. Einige Jahre später verbreiteten sich Gerüchte über den bösen Geist des Puppenspielers. Vom Theater waren Schreie und Schluchzen zu hören. Dann begannen Bewohner zu verschwinden. Die Polizei sah sich im Theater um, fand jedoch nichts. Was für eine Inkompetenz. Verehrter Detective, mein Gefühl sagt mir, dass Heimer noch immer am Leben ist. Sie können mit den Nachforschungen hier oder im oberen Stockwerk beginnen. Unser Haus steht Ihnen zur Verfügung. Wir werden Sie nicht stören. Das ist sehr liebenswert. Das muss die Frau des Hotelbesitzers sein. Oder aber gewesen sein. Frische Rosen. Es tut gut, an diesem trostlosen Ort etwas Schönes zu erblicken. Und noch mehr Spinnenbeben. Und noch mehr Gerümpel. Wunderbar. Schraubenzieher, Vorhängeschluss, Lumpenpuppe. Irgendwas zum Aufmachen. Was habe ich da? Hier einen Pizzaschneider. Brauche ich den? Schüttkröte, Bratfände, Nudelholz, Fische, Stempel, Karte, Schlange, Skorpion, Bürsten. Kann ich die auch wieder zumachen? Nee. Oh Gott. Äh. Ein Schraubenzieher. Das ist, glaube ich, eine Maus. Brauche ich die Maus? Brauche ich die Maus? Brauche ich die Maus? Nein. Ich brauche einen Skorpion und eine Schlange. Da ist ein Fisch. Einen Fisch brauche ich aber. Da ist eine Motte. Da ist ein Dino. Da hängt ein Fisch. Da ist ein Messer. Da ist kein Messer. Ich brauche kein Messer. Lumpenpuppe. Hier. Da ist eine Bürste. Da ist noch eine Bürste. Da ist ein Korkenzieher. Ich brauche aber einen Schraubenzieher. Das ist wahrscheinlich das krumme Ding hier auf dem Boden. Eine Karte. Ich sehe einen Scheiß hier in diesen Bildern. Das ist ganz grandios. Das müsste ein Skorpion sein. Das ist eine Rose. Brauche ich die? Nein. Aber eine Bratpfanne. Eine Bratpfanne wird ja wohl noch zu finden sein. Die ist doch groß genug, dass man die sieht. Da ist eine helle Bade und ein Besen und ein Seil. Und da hier, die Bratpfanne da unten in die Schublade passt rein. Ein Teleskop. Brauche ich das auch? Ne, zwei Bürsten. Da ist noch eine. Da ist eine Schildkröte. Da oben ist die andere Bürste. Hier ist ein Schlüssel. Das brauche ich aber gar nicht. Eine Karte. Da ist die Schlange. Da ist ein Anker. Karte, Fisch und Nudelholz. Da ist die Karte. Okay. Fisch und Nudelholz. Nudelholz. Da ist eine Spinne. Hier sind überall Spinnen. Das ist... Ah, hier Fisch. Das ist jetzt nicht mehr wieder gerade hin. Gut gemacht. Ich habe gefunden, Schraubenzieher. Ich glaube, ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Ich bin hier noch nicht fertig. Behauptet er. Es ist bereits dunkel. Okay, das war nur der Hinweis. Und noch mehr Gemülle. Vier Vorhänge. Schlösser. Ein Sonnen... Tch-rimm. Drei Handschuhe. Handschuhe. Äh, Sonnen-Schirm, Handschuhe. Eine Haube. Ein Schloss. Eine Ente. Brauche ich eine Ente? Äh, Ente. Tatsächlich. Und eine Figur. Das ist wahrscheinlich die im Fenster. Ein Telefon. Brauche ich auch Schuhe? Nein, ich brauche einen Papagei und eine Ölkanne. Noch hier ist ein Hut. Da ist eine Maske. Zwei Vorhänge, Schlösser. Ein Besen. Äh, da. Besen. Da ist eine Quaste. Da ist ein Hut. Ist das noch ein Vorhängschloss? Das ist noch eins. Jetzt brauche ich trotzdem noch eines. Jetzt keins mehr. Aber noch ein Handschuh. Irgendwo her. Da ist ein normaler Schuh. Ein Bügeleisen. Also Gott sei Dank. Äh, Fisch. Äh, äh, Papagei. Äh, ich würde gerade sagen Chamäleon. Nee, danke. Äh, fast. Beinahe. Eine Ölkanne. Da. Hier? Nein. Was ist das? Äh, auch nicht. Äh, würde ich schon finden. Ölkännchen würde ich wohl... Da. Ein Telefon. Äh, mitten im Bild. Der Teddy ist hier. Und jetzt brauche ich noch einen Handschuh. Einen Handschuh. Einen Handschuh. Da. Oh Gott. Und jetzt brauche ich noch einen Handschuh.